. 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 Hier? Alles okay? Okay. Alles okay? So, komm mal. Bestreiten, dass er gleich hinter dran ist. Muss wieder was? Das ist normal nach Möglichkeit. Fährst du mich mit? Boah! Ich wundere mich sowieso, dass die Interräder entfuchten, am Start. Es war schlammig alles, jetzt ist es trocken. Hat er uns noch nicht hier gebracht. Halt der Montag! Ja? 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 Nee? Ja? 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 Oh, mein Gott. Wir haben auch einen Nachden, 50er. Das ist das. Hörgestein! Hörgestein! Also zweimal behüpfen oder soll er nicht mehr? Leck! Hörgestein! Leider! Godzilla! Hörgestein! Hörgestein!